So, hier sind wir auf jeden Fall heute in... ...Hassel? Genau. Eben waren wir im Eis-Trupp, jetzt sind wir hier in Hassel. Jetzt wollen wir mal gucken, was hier so abgeht. Das verrückte... ...Fisch ist hier... ...Trio. Genau. Sind wir wieder unterwegs. Schon wieder. Viel Spaß! Vielen Dank. Vielen Dank. Haste! Oh, was ist denn das? Ach, was ist denn das? Oh, 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 das ist das. Oh, ist der das... Oh, das ist los. Oh, das ist die weiße Hose. Es geht auch schwarte Hose. Hier. Feuchtig, feuchtig, feuchtig. Ja? Feuchtig. Ja? Aber du! Warum denn nicht? Geht doch! Jetzt nehm ich dich mit. Warum denn nicht? Warum nicht? Doch! Warum sind sie denn, Alter? Um dich zum Lachen zu bringen. Ja, das war's dann mal im Hassel. Ich hoffe, man kann mich noch sehen. Nein! Okay, man kann mich nie mehr sehen. Aber sieht geil aus! Man kann mich wenigstens hören, das ist schon mal gut. Hoffentlich kann man mich auch nicht sehen. Hallo! Hallo! Viel Spaß beim Schauen! Ach nee, jetzt habt ihr ja zu Ende geschaut. Hoffentlich hat's euch gefallen. Genau! Und, ne? Ihr könnt euch auch mal ein bisschen bewerten oder so. Genau! Wenn euch das hier gefallen hat, einfach Kommentare unterschreiben. Auch wenn ihr uns nicht seht. Genau! Gute Besserung! Gibt's da was von Ratiofarm? Ne, wir machen keine Werbung über Ratiofarm. Okay. Jetzt hast du's doch gesagt. Achso, scheiße. Gute Besserung! Uff. 월